In der Wildnis verschollen Ulrich erwachte, weil er plötzlich einen stechenden Schmerz verspürte. Blitzschnell griff er an sein Kinn und hatte eine zerquetschte Mücke in den Fingern. »Eh«, machte er, und wischte sich schleunigst die Hand an der Wolldecke ab, die seinen Körper fest umhüllte. Dann warf er sich herum und zog den Moskitoschleier, der sich im Schlaf verschoben hatte, wieder über das Gesicht. »Diese Biester!« So murmelte er in sich hinein. »Diese verteufelten kleinen Biester!« »Ach, diese Reise durch die richtige Wildnis, dieses unerhörte Abenteuer, um wie viel schöner wäre es doch, wenn es hier nicht diese kleinen, schwirrenden, blutgierigen Plagegeister gäbe. Wölfe sollten hier hausen in diesem einsamen Wäldern Nordfinnlands. Ja, sogar Bären. Marti, der junge finnische Reisekamerad, hatte es ihnen erzählt, und erst vor ein paar Tagen, da hatten sie auch wirklich in einem finnischen Haus, in dem letzten übrigens, das sie seither überhaupt erblickt hatten, einen richtigen Bärenjäger gesprochen und prachtvolle Bärenpelze gesehen. Aber diese großen, abenteuerlichen Raubtiere schienen hier doch recht selten zu sein, und sie hatten wohl auch Scheu vor den Menschen. Jedenfalls ließen sie sich nicht sehen, wie sehr auch die Jungen nach ihnen ausgeschaut hatten. Die Mücken aber, diese kleinen, alltäglichen Tierchen, die man ja von der deutschen Heimat her schon gut kannte, die waren nicht selten. Nein, zu Millionen und Abermillionen schwärmten sie aus dem Schilf der Seen und Sunde und aus dem Gras der Waldmoore auf und fielen über die paar Jungen her, die sich allzu verwegen in ihr einsames Reich gewagt hatten. Ach, und sie hatten keine Scheu vor den fremdartigen Menschenwesen. Wenn man auf dem Wasser war, dann standen sie in schwarzen Wolken über den Booten. Man musste sich alle paar Minuten das Gesicht und die Hände und jede freie Stelle des Körpers mit dem scheußlich stinkenden Pechöl beschmieren. Oder aber man konnte die Paddel einfach nicht bedienen. Und wenn man das Land betrat, mittags zum Abkochen oder abends um das Zelt zu errichten, dann war es noch viel schlimmer. Richtig verrückt konnten sie einen Menschen dann machen. Wie dumm hatte sich doch heute Abend erst der Rudi angestellt. Pummel, wie man ihn wegen seiner rundlichen Figur spaßhaft neckend nannte. Er hatte am Ufer einen richtigen Negertanz aufgeführt und immer zugebrüllt. Ich halte es nicht mehr aus. Nein, ich halte es nicht mehr aus. Ich will nach Hause. Welch ein Unsinn. Hier, wo man jetzt war, gab es keine Verkehrsmittel, die einen schnell fortgebracht hätten. Hier gab es ja nicht einmal Wege. Nein, hier war nur Wald und Wasser. Der sich einmal hineingewagt hatte in diese Wildnis, der musste hindurch. Und mit seinem Verzweiflungstanz hatte Pummel nichts anderes erreicht, als dass er nur noch mehr Mücken aus dem hohen Ufergras aufgestöbert hatte. Es gab eigentlich nur ein Mittel, das da ein wenig half. Man musste ein großes, qualmendes Feuer entzünden und sich dicht daneben hocken. Dann erstickte man beinahe im Rauch, aber die kleinen Blutsauger, die war man wenigstens für eine Weile los. Am schlimmsten aber war es doch, dass man auch in der Nacht keine Ruhe hatte. Da hatten nun die Jungen heute Abend vor dem Schlafengehen einen schwellenden Ast aus dem Feuer gezogen und ihn mit sich in das Zelt genommen. Sie hatten ihn dort so lange bei sich behalten, bis es keiner mehr vor Hustenreiz hatte aushalten können. Dann hatten sie den Ast hinausgeworfen und das Zelt ganz schnell zugeknöpft. Und nun? War da nicht doch schon wieder das widerliche Gesumm über den Schläfern? Und hatte Ulrich es nicht eben schmerzhaft erfahren, dass die kleinen Blutsauger schon wieder auf der Jagd waren? Und wie heiß war es doch in dem niedrigen, festgeschlossenen Zelt, in dem man dicht beieinander lag und sich zudem noch, eben der Mücken wegen, ganz fest in Wolldecken eingerollt hatte. Ulrich spürte, dass ihm das Hemd am Leibe klebte. Ob man nicht schnell mal hinauskroch und ein paar Züge frischer Nachtluft in die Lunge nahm? Ja, das war ein guter Gedanke. Ulrich war sofort entschlossen. Er nahm den Moskitoschleier vom Gesicht und wickelte sich aus seiner Decke. Dann richtete er sich auf. Aber nur gebückt konnte er stehen, denn das Zelt, aus acht Dreieckzeltbahnen zusammengebaut, war nur sehr niedrig. Er fühlte mit der Hand über den Nebenmann hinweg nach einer Lücke zwischen den Schläfern, setzte vorsichtig den rechten Fuß dorthin und zog den anderen nach. Noch über eine zweite vermummte Gestalt musste er steigen. Dann war er am Ausgang. Er tastete nach der Zeltwand. Richtig, da waren die Knöpfe. Schnell öffnete er die beiden untersten, denn sehr groß durfte das Schlupfloch nicht werden, der Mücken wegen, die draußen lauerten. Er ging auf die Knie herunter und schob sich dann durch die Öffnung hindurch, gleich einer Schlange. Er spürte, wie ihm die frische Nachtluft wohltätig auf das Gesicht fiel. Nun war er im Freien, stand auf und reckte die steifen Glieder. Aber ganz plötzlich hielt er in der Bewegung inne und machte große, verwunderte Augen. Na nun, was war denn das? Es war ja so dunkel, so unheimlich dunkel, wie er es hier im Nordland noch nie erlebt hatte. Hier in der Nähe des Polarkreises waren ja die Nächte auch jetzt im späten Hochsommer nur sehr kurz. Nur für wenige Stunden verschwand die Sonne hinter den ewigen Wäldern am Horizont und sie pflegte dann immer noch, eine matte Dämmerung zu hinterlassen, bei der man fast noch Zeitung lesen konnte. Und heute? Wo war der große See, an dessen Ufer man lagerte? Ja, Ulrich hörte sein leises Glucksen im Schilf, aber sein Auge konnte ihn kaum erfassen. Und die hohen Föhren, die rings um das Zelt standen, waren sie überhaupt noch da? Ulrich schaute zum Himmel empor. Auch da oben war es richtig tief schwarz, geradezu unheimlich schwarz. Wolken? Gewitterwolken? Ja, Ulrich entsann sich. Es war schon am Abend ganz ungewöhnlich schwül gewesen und die Mücken hatten schlimmer gequält als je zuvor. Und das hatte auch alles so merkwürdig ausgesehen, so farblos. Sonst, da waren gerade die Abende in dieser nordischen Wildnis von einer berückenden Farbenpracht. Wenn die Sonne unterging, dann waren die Föhrenstämme rot wie Blut und das Wasser verwandelte sich in flüssiges Gold. Heute aber, da war alles so merkwürdig fahl gewesen. Der See hatte ausgesehen wie eine stumpfe Bleiplatte und kein Windhauch hatte das Laub der Bäume bewegt. Wenn das mal kein Gewitter gibt! So hatte auch wirklich Marty, der finnische Freund, gesagt und hatte sich mit bedenklicher Miene den verschleierten Himmel angesehen und den deutschen Jungen war es plötzlich ein ganz klein bisschen bange geworden. Ein Gewitter? Hier mitten in der Wildnis? Und womöglich in der Nacht? Und sollten hier die Gewitter nicht besonders heftig sein? Ja, Marty hatte wohl recht gehabt. Ein Gewitter war im Aufziehen und schon hatten schwarze Wolkengebirge sich vor den Himmel geschoben und die Waldwildnis verdunkelt. Wie zur Bestätigung fuhr in diesem Augenblick ein heller Schein über den Himmel. Nur ganz kurz war er aufgeflammt drüben über den Wäldern am anderen Ufer des weiten Sees. Aber so blendend hell war es mit einmal gewesen, dass Ulrich unwillkürlich die Augen schließen musste. Und nun stand er regungslos da und wartete auf das Donnergrollen. Aber nein, das kam nicht. Dieser Blitz war wohl ganz ferne niedergegangen, vielleicht dort drüben in Russland. Aber konnte es nun nicht im nächsten Augenblick auch hier losgehen? Ulrich hatte ja nicht viel gesehen in dem flüchtigen Wetterleuchten, aber dass da wirklich dicke Wolkenmassen am Himmel waren, das hatte er doch wahrgenommen. Wie ein Unheil schienen sie gerade über diesem See hier zu lauern. Und da fielen nun dem Jungen die Boote ein. Ja, die kleine Gruppe deutscher Jungen, die da fern von allen Menschen in einer richtigen Wildnis lagerte, hatte Boote, drei Faltboote. Man hatte sie aus Deutschland mitgenommen, als man einer Einladung finnischer Freunde zu einem großen, internationalen Sommerlager gefolgt war. Finnland, das die Einheimischen zu Rumi nennen, ist ja das Land der Tausend und Abertausend Seen, in dem man auf dem Wasser viel schöner und bequemer wandern kann, als auf den endlosen, schnurgeraden und staubigen Landstraßen. Und so hatte denn auch diese Gruppe schon bald hinter Helsinki die Eisenbahn verlassen und die Boote entfaltet und war dann von See zu See bis nach Mittelfinnland gefahren, wo auf einer geräumigen Insel zahlreiche Zelte standen und viele bunte Fahnen lustig im Winde flatterten. Dort hatte man unvergessliche Tage verbracht unter den gastfreundlichen Finnen. Man hatte gespielt und gesungen und in ernster Beratung zusammengesessen und dort hatte man dann auch Marty kennengelernt, den prachtvollen finnischen Studenten, der so gut Deutsch sprechen konnte, weil er eine baltendeutsche Mutter hatte. Und der hatte die deutschen Jungen mit sich genommen in den Norden, wo in einem abgelegenen Ort nahe am Polarkreis und auch nahe an der russischen Grenze sein Vater Pastor war. Da war man zunächst auf endlosen, schnurgeraden Waldstraßen mit dem Autobus gefahren. Dann aber hatte man in einem kleinen Dorf den Autobus wieder verlassen und war auf Martys Vorschlag zu einer richtigen Expedition gestartet. Es gab da nämlich eine lange Seenkette, an deren Ufer kein Haus stand und kein Mensch lebte. Nur Wald war da, endloser, unwegsamer Urwald. Wenn man aber über diese Seenkette fuhr, acht Tage sollte es dauern, dann kam man an eine Siedlung, von der man wieder einen Autobus zu Martys Heimatort benutzen konnte. Lutz, der Führer der Gruppe, hatte zwar zuerst Bedenken gehabt gegen dieses abenteuerliche Unternehmen, die Verantwortung schien ihm zu schwer. Wenn nun irgendetwas Unvorhergesehenes passierte, wenn etwa einer der Jungen krank wurde, wenn eines der Boote kenterte, wenn eines der Kajaks verloren ging oder ein Teil der genau bemessenen Nahrungsmittel und konnte man sich nicht verirren? Aber die Jungen hatten ihn so bestürmt, dass er schließlich nachgegeben hatte. Man hatte ja auch in Marti einen wegkundigen Führer bei sich, einen richtigen Pfadfinder, der mit der Wildnis umzugehen wusste und so kam es, dass man nun schon seit vier Tagen wirklich in der Wildnis paddelte. Und hier, wo man jetzt war, hier konnte man wohl überhaupt nur auf Booten reisen. Zu Fuß waren diese Wälder, die wie Mauern um die Seen standen, wohl kaum zu bezwingen. Wie wichtig waren also gerade jetzt hier die Boote, die aber lagen hart am Wasser auf dem Ufersand. Und wenn nun wirklich ein Gewitter kam, waren sie dann nicht in Gefahr? Wenn der Aufruhr von oben her losbrach, würde dann nicht auch der See in Bewegung geraten und gegen die Ufer schäumen? Und konnte er dann die Kajaks nicht womöglich mitnehmen? Ich muss sie weiter heraufziehen, sagte sich Ulrich. Und dann machte er sich auch sofort auf, um zu den Booten zu gehen. Aber das war gar nicht so einfach, wenigstens jetzt nicht in dieser rabenschwarzen Finsternis. Das Zelt stand diesmal auf einer schmalen Landzunge, die weit in den See hineinragte. Und das war ganz an der Spitze der Halbinsel errichtet worden, weil man anderswo keine ebene Fläche gefunden hatte. Die Boote aber lagerten in der Bucht, die die Landzunge mit der eigentlichen Uferlinie bildete. Wenn also Ulrich zu den Booten wollte, musste er wenigstens hundert Meter gehen. Und er musste sich einen Weg suchen durch dichtes Gestrüpp, durch Wacholderverhaue und Dornenhecken, über Felsblöcke hinweg und über gestürzte, halbvermoderte Bäume. Das aber bei dieser Finsternis. Nur langsam kam er vorwärts, indem er sich von Baum zu Baum weitertastete. Mehr als einmal geriet er so in die Dornen, dass er sich erst mühsam wieder herauslösen musste. Er verbrannte sich die Finger an Brennnesseln. Er fiel in Löcher. Und einmal, da tapste er unversehens sogar ins Wasser, sodass seine Turnschuhe durch und durch nass wurden. Ja, nur sehr langsam kam er weiter. Aber als das nächste Wetterleuchten über den Himmel flog, da sah er, dass er die Landzunge nun doch schon beinahe hinter sich hatte. Schwarz und drohend stand für einen Augenblick der Uferwald ganz nahe vor ihm. Jetzt noch ein paar Schritte, dann musste er links auf den Sandstreifen stoßen, auf dem die Boote lagen. Er tastete sich weiter. Ah, jetzt fühlte er endlich knirschenden Sand unter den Füßen. Er bückte sich und suchte mit der Hand umher. Richtig, da hatte er das erste Boot gepackt. Er nahm die andere Hand zur Hilfe und zog es ein paar Meter auf das Land herauf. Einige Meter weiter fand er das zweite Boot. Auch dieses brachte er in Sicherheit. Aber dann? Ja, wo war das dritte? Wie ein Blinder suchte Ulrich mit den Händen umher. Schockschwere Not, er konnte es einfach nicht finden. War er etwa daran vorbeigelaufen? Lag es womöglich vor dem ersten Boot, das er heraufgezogen hatte? Ulrich ging ein paar Schritte zurück und suchte auch dort, aber vergeblich. Nein, er konnte es nicht finden. Da richtete er sich schließlich auf und wartete auf den nächsten Blitz. Der musste ihm ja zeigen, wo dieses vertrackte Boot eigentlich lag. Er stand nun regungslos wie einer der Bäume und wartete, wartete eine, zwei, drei Minuten. Aber der ersehnte Blitz wollte diesmal nicht kommen. Und da wurde es dem Jungen auf einmal ganz unheimlich zumute. Die Welt um ihn herum war ja so fremd, so unbekannt. Der Wald, der da schattenhaft neben ihm am Seeufer stand, dieser ungeheure Urwald, welche gefährlichen Geheimnisse mochte er in seinen verschlossenen, nie betretenen Tiefen verbergen. Es war ganz still in dieser Nacht, unheimlich still. Und doch waren da nicht seltsame Stimmen zu hören und sehr verdächtige Laute? Und dort drüben waren da nicht Augen, die zu ihm herüberstarrten? Ulrich hatte plötzlich das Gefühl, dass da dicht neben ihm irgendetwas Gefährliches auf dem Sprunge lag und nach ihm greifen wollte. Zurück, murmelte er. Zurück zum Zelt. Ich will mir lieber eine Lampe holen. Und schon wollte er sich umdrehen, um den Rückweg zu suchen. Da endlich kam der Blitz. Und diesmal war es kein fernes Wetterleuchten mehr. Nein, grell und unheimlich nah zuckte eine Feuerflamme auf den See hinab. Und im nächsten Augenblick war auch schon die Nacht erfüllt von einem dumpfen Getöse. Ulrich war entsetzt zusammengefahren. Er hatte natürlich wieder die Augen vor der plötzlichen Helligkeit schließen müssen. Und er war halb betäubt. Und doch hatte er sich, so wie er ja wollte, orientieren können. Und was er da wahrgenommen hatte, ja, das hatte ihn beinahe noch mehr erschreckt als der unheimliche Blitz. Das Boot! Das dritte Boot! Nein, es war nicht da. Es war wirklich nicht da. Im Schein des Blitzes war die Bucht ganz leer gewesen. Ganz deutlich hatte der Junge das gesehen. Wie aber war das möglich? Ulrich entsann sich ganz genau. Alle drei Boote hatten am Abend hier nebeneinander im Sand der Bucht gelegen. Wie konnte jetzt eines davon fehlen? Jetzt, da die Kameraden doch alle dort drüben im Zelt lagen und schliefen. Sollte, ja, sollte das Boot doch zu dicht am Wasser gelegen haben und nun hatte der See es sich geholt? Aber nein, der See war ja doch heute so ruhig. Wie eine starre Bleiplatte lag er zwischen den Wäldern. Kaum ein Glucksen war von ihm zu vernehmen. Oder? Oder gab es jedoch Menschen? Schlechte Menschen? Diebe? Räuber? Die es gestohlen hatten? Scheu sah der Junge zum großen Schatten des Urwaldes hinüber. Klang es da nicht als kichere jemand leise und spöttisch? Jedenfalls musste er nun zurück, schnell zurück zum Zelt und die anderen wecken und ihnen Bericht erstatten. Ein Boot weg! Und das hier, mitten in der menschenleeren Wildnis, wo man es doch so nötig brauchte, das war ja ein furchtbares Ereignis. Ulrich kämpfte sich so schnell wie möglich zurück durch das Gestrüpp der Landzunge. Er nahm diesmal keine Rücksicht darauf, ob ihm tückische Ranken das Trainingszeug zerfetzten oder ob ihm Brennnesseln die Haut verbrannten. Und weil es nun in immer kürzeren Abständen am Horizont aufleuchtete, kam er diesmal auch wirklich schneller vorwärts. Und als es dann plötzlich wieder ganz nah und grell auf den See niederzuckte, da sah er auch schon das Zelt vor sich. Und er sah zugleich, dass vor dem Zelt eine lange schwarze Gestalt stand, und er glaubte, sie auch erkannt zu haben. »Marty!« rief er. »Marty!« Atemlos stolperte er vorwärts, während noch der Donner über den See rollte. Sofort blitzte dort, wo die Gestalt gewesen war, eine Taschenlampe auf, und ihr Licht fiel dem Jungen blendend hell ins Gesicht. »Hallo? Wer da?« schallte es ihm misstrauisch entgegen. »Ich bin es! Ich! Ulrich!« Das Licht glitt zur Seite, und der Junge konnte nun den anderen deutlich sehen. Ja, es war Marty. »Du?« rief er, als er neben ihm stand. »Ein Boot ist weg! Denk nur, ein Boot ist weg!« »Ein Boot? Ja, woher?« »Ich war eben dort, dort in der Bucht, wo sie liegen, habe sie höher hinaufgezogen, weil ja doch das Gewitter kommt. Und ja, es sind nur zwei da, nur zwei, bestimmt!« Marty schwieg. Offenbar war auch er zutiefst erschrocken. »Komm!« sagte er dann plötzlich. »Wir sehen mal nach.« Und dann liefen sie beide zur Bucht, und es ging diesmal sehr schnell. Sie hatten ja nun eine Lampe bei sich und konnten dem Pfad folgen, den die Jungen am Abend beim Holz sammeln und bei ihren Gängen zu den Booten getreten hatten. Und als sie in der Bucht waren, da richtete Marty das Licht sofort auf den Ufersand. Kein Zweifel, er war leer. Nur die Spuren von drei Kajaks waren deutlich zu erkennen und die Schleifspuren von den zwei Booten, die höher auf der Landzunge im Grase lagen. Marty ließ den Lichtstrahl über das Wasser gleiten und leuchtete zum Uferwald hinüber. Nein, das dritte Boot war nicht mehr da. Ratlos standen die Jungen beieinander und sahen sich an. Wie war das möglich? Und was nun? Aber ehe sie zu der schrecklichen Entdeckung irgendetwas sagen konnten, war plötzlich ein unheimliches Rauschen in der Luft. Marty hob den Kopf wie ein erschrecktes Tier. Das Rauschen kam näher und wurde immer lauter und mit einmal äxten und stöhnten die Bäume auf der Halbinsel und bogen sich tief zur Erde. Und die beiden Jungen mussten sich an irgendwelche Äste klammern, um von der wilden Böe nicht umgeworfen zu werden. Und fast im gleichen Augenblick veränderte sich auch der See. Auch er rauschte mit einmal auf und stürzte sich klatschend auf den Ufersand und Ulrich spürte ein paar dicke, kalte Tropfen im Gesicht. »Es geht los!« schrie Marty. »Schnell, zurück zum Zelt!« Und da rannte er auch schon, und Ulrich folgte ihm dicht auf den Fersen. Da flammte es auf, und fast gleichzeitig gab es einen Donnerschlag, wie ein ungeheuerlicher Peitschenknall fuhr er auf die Jungen nieder. Sie taumelten. Und kaum hatten sie sich von ihrem Schrecken erholt, da stand schon wieder eine Feuerlohe um die Föhrenstämme. Wie in panischer Angst reckten diese ihre Äste empor und stöhnten, und es klirrte und rasselte, als ob eine riesige Glasglocke zersprungen wäre. »Das hat eingeschlagen! Das hat bestimmt irgendwo eingeschlagen, vielleicht in einem Baum bei den Zelten!« dachte Ulrich und rannte noch schneller. Und dann, als der nächste Blitz über den Himmel fuhr, sah er auch schon wieder den Zeltplatz vor sich, und um das Zelt herum sah er die Kameraden, die nun fieberhaft damit beschäftigt waren, den Wassergraben am Zeltrand zu verbreitern und zu vertiefen. Und wie gut, dass sie das taten! Denn jetzt öffneten sich die Wolken, es begann zu regnen, aber nein, das war kein Regen mehr, der da auf Wald und Wasser und Zelt und Junge niederging. Das war eine Sturzflut, ein Wasserfall, der da vom Himmel kam. Es trommelte auf Ulrichs Kopf. In wenigen Sekunden war er so nass, als wäre er in den See gefallen. In weiten Sprüngen setzte er zum schützenden Zelt hinüber. Aber ach, es war nicht so leicht, da schnell hineinzukommen. Alle wollten ja nun ins Trockene, und da stauten sich die Jungen natürlich am Eingang. »Schnell!« »Nun mach doch schon!« »Axel, nimm deinen dicken Hintern weg!« »Schnell!« Aber durch die Aufregung wurde das Gewühl nur noch schlimmer. Ulrich fühlte mit Unbehagen, wie ihm das Trainingszeug gleich einer nassen Badehose am Körper klebte. Ungeduldig trat er von einem Fuß auf den anderen. Aber dann war es endlich doch soweit. Der Eingang war frei. Mit einem Hechtsprung stürzte er sich kopfüber in das Loch, und gerade als er die Beine nachzog, gab es von Neuem einen furchtbaren Krach. Es klang, als sei die Erde geborsten. Im Zelt brannte jetzt eine Laterne. Sie hing oben an einem der Stäbe, die den First trugen, und beleuchtete mit rötlich flackerndem Schein ein wüstes Durcheinander von Wolldecken und Kleidungsstücken, Kochtöpfen, Werkzeugen und Nahrungsmitteln und pudelnassen Jungen. Zuerst nach dem schrecklichen Donnerschlag waren sie wie gelähmt, aber dann, als sie merkten, dass ihnen und dem Zelt nichts geschehen war, begannen sie, sich die Haare und Gesichter zu trocknen und aufgeregt miteinander zu reden. »Junge, Junge«, sagte Axel, ganz groß und glänzend standen die Augen in seinem sommersprossigen Lausbubengesicht. »So was habe ich noch nicht erlebt. Ich dachte, mir springt das Trommelfell.« »Ja, das war ein Schlag«, murmelte Ulrich, während er sich mit einem Handtuch die Haare rieb. »Und wie das nun trommelt, hört doch nur!« Angstvoll starrte Pummel auf die Zeltwand. »Das kommt doch bestimmt durch!« »Nur nicht die Wände anfassen«, rief Lutz. »Wo man die Bahnen berührt, da sickert das Wasser schneller durch!« Ja, Lutz war ein alter Wandervogel. Am Nordfjord hatte schon sein Zelt gestanden und in den Tiroler Bergen und an den Ufern der Rhone. Er wusste Bescheid. »Aber dieser Sturm«, rief Ulrich, »Da seht doch nur, ein Hering ist schon los!« Er deutete auf eine Ecke, in der die Zeltbahn gefährlich flatterte. »Du meine Güte, wenn nun das Zelt einkracht!« Das sagte natürlich Pummel, der ja immer ein bisschen ängstlich war. »Auch nicht so schlimm«, beruhigte Lutz, »wir sind ja doch schon nass!« Die Jungen lachten, aber mitten in dieses befreiende Lachen hinein fiel plötzlich die harte, raue Stimme des finnischen Kameraden. »Hallo?«, rief er. »Da fehlt doch einer!« Im Nu erstarb das Lachen auf den Gesichtern und alle sahen sich erstaunt um. »Tatsächlich!« Nicht sechs, nur fünf nassglänzende Gestalten hockten da am roten Schein der Laterne. Aber wer? »Horst!«, schrie Ulrich auf. »Horst ist nicht da!« Ja, wirklich, nun sahen es alle, Horst fehlte, aber um Himmels Willen wo? In diesem Augenblick flammte es wieder gefährlich grell durch die Zeltritzen und fast zugleich ließ ein neuer Donnerschlag die Jungen je erbeben. Wie schrecklich! Und Horst? Ja, wo? Und da musste nun Marty auf einmal wieder an das fehlende Boot denken, und seine Augen weiteten sich vor Entsetzen. Ein Boot fehlte, und Horst fehlte. Sollte Horst? »Ein Boot fehlt auch!« Beinahe tonlos kam es von seinen Lippen. »Auch ein Boot? Ja, woher?« »Wir waren eben an der Bucht. Ulrich hat es entdeckt, als er die Boote vor dem Gewitter in Sicherheit bringen wollte.« Entsetztes Schweigen. Und dann sagte Axel mit einmal ganz leise, »Also doch!« Und da wandten sich natürlich sofort alle zu ihm um. »Was soll das heißen?« fragte Lutz. »Warum sagst du also doch? Was weißt du? Erzähle!« »Horst hat heute Abend zu mir gesagt, er habe es satt. Er wolle fort, zurück zur letzten Siedlung, da, wo wir die Bärenpelze gesehen haben. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt.« Und dann nach Kelsinki zu seinem Onkel. »Aber das ist doch heller Wahnsinn!« schrie Lutz. »Zurück! Ganz allein! Und jetzt?« Er horchte einen Augenblick auf das Getöse draußen, wie der See brüllte, wie der Sturm tobte, wie er an dem Zelt zerrte und riss. »Warum hast du uns nichts davon gesagt?« Es sah fast so aus, als wollte er nun Axel an den Kragen. »Ich habe es doch gar nicht ernst genommen!« verteidigte sich Axel weinerlich. »Wie soll ich denn auch so etwas Verrücktes ernst nehmen? Ich habe nur an die Stirn getippt und habe zu ihm gesagt, du hast einen Vogel.« »Na und er?« »Er ließ mich einfach stehen und ging ins Zelt. Oh, er war ja so wütend.« »Und warum war er wütend?« »Warum? Na, hast du ihm nicht eine geklebt und hast du ihm nicht obendrein noch fünf Tage Küchendienst aufgebrummt? Du weißt doch, wie empfindlich Horst ist.« »Allerdings«, rief Lutz, »allerdings! Und war das nicht richtig?« Er sah eine nach dem anderen an und alle nickten. »Horst war ungehorsam gewesen, wieder einmal. Vergeht überhaupt ein Tag, an dem er nicht ungehorsam und widerspätig ist? Ein Boot wollte er haben, um Lachse zu fangen. Lächerlich, als ob der je einen Lachs kriegen würde. Er hatte ja keine Ahnung, wie man das macht. Und wenn nun dabei dem Boot etwas zustößt?« »Nein, für solch ein unsinniges Privatvergnügen sind uns unsere Boote zu kostbar. Lebenswichtig sind sie für uns. Ich verbote es ihm also.« Er aber fuhr doch hinaus. »Na, als er dann zurückkam, da hab ich ihm eine gelangt. Und die war nicht schlecht. War das nicht richtig?« Die Jungen nickten. »Ja, Lutz hatte recht. Tausendmal recht.« »Horst hatte seine Orpheige redlich verdient. Eine richtige Tracht Prügel hätten sie ihm geben müssen. Wer auf Fahrt ging und noch dazu auf solch eine Fahrt, die schon mehr eine Expedition war, der musste sich fügen können. Eine Fahrtengruppe ist doch gleichsam ein Leib, in dem alle einzelnen Glieder einträchtig zusammenwirken müssen. Wehe, wenn sich da einer absondert, er bringt nicht nur sich selbst in Gefahr, sondern alle. Wer auf Fahrt ging, noch dazu auf tollkühne Fahrt ins Ödland, der durfte nicht zuerst an sich selbst denken und nicht an das eigene Vergnügen. Er musste auf die Gemeinschaft sehen und auf das, was ihr dienlich ist. Das aber tat Horst nicht. Nein, er war ein Egoist. Und es wäre besser gewesen, man hätte ihn gar nicht mitgenommen. Oh, Horst war nicht etwa unbrauchbar bei solch einem Unternehmen, im Gegenteil. Es hatte Situationen gegeben, da hatte er sich ganz groß gezeigt. Alles, was Mut erforderte, alles Gewagte, das war etwas für ihn. Keiner ritt wie er den Kajak über das bockige Wildwasser. Deshalb saß er auch bei Lutz im Boot und wenn es brenzlig wurde, übernahmen sie die Führung. Die beiden zusammen konnten, wenn plötzlich ein Hindernis die Fahrrinne sperrte, einen Kristel reißen, das einem schon beim Zusehen der Atem verging. In voller Fahrt legten sie sich mit dem halben Leib in das Wasser und schwangen das Boot in ganz kurzem Bogen herum. Dann waren die anderen gewarnt und konnten die gefährliche Stelle vermeiden. Und damals, als der störte Bäcker gekentert war, da hatte Lutz nicht schnell genug das Wasser aus den Augen bekommen und hatte das Boot davonwirbeln lassen. Aber Horst hatte sich an ihm festgeklammert wie ein Cowboy an seinem wild gewordenen Pferd und er hatte den Kahn nicht losgelassen, bis er ihn in ruhigerem Wasser bergen konnte. Und als sie einmal von einem wilden Köter angegriffen wurden, da waren sie alle kopflos in die Büsche gesprungen. Horst aber hatte einen Knüppel genommen und ihm damit eins auf die Schnauze gegeben, dass er sich heulend davon tollte. Und welche Bewunderung hatte er gar in dem großen Lager erregt. Seine tollkühnen Wassersprünge und sein verwegenes Fußballspiel hatten nicht wenig dazu beigetragen, die deutschen Jungen beliebt zu machen. Ja, Horst konnte schon etwas. Er war ein Kerl. Aber was nützte das, wenn er sich nicht fügen konnte? Was nützte schon ein edles Rassepferd, wenn es nicht gebändigt war? Was half es der Gruppe, wenn Horst sie einmal aus einer Schwierigkeit befreite und ihr dann täglich durch seine Selbstsucht neue Schwierigkeiten machte? Wie oft hatte Lutz es verboten, mit den Boten Kunststücken zu machen, wie etwa das freiwillige Kentern und sich wieder aufrichten? Horst machte es immer wieder. Es war nicht gestattet, sich ohne Erlaubnis vom Lagerplatz zu entfernen. Im weglosen Wald konnte man sich ja so leicht verirren. Horst kümmerte sich nicht darum. Wie oft hatte man schon sorgenvoll nach ihm gesucht. Sagte Lutz, diesen Weg hier schlagen wir ein. Dann sagte Horst bestimmt, nein, jenen Weg dort wollen wir nehmen. Und wenn es dann nicht nach seinem Willen ging, dann war er beleidigt, brummte oder trotzte. Ach, wie oft hatten sich die Jungen schon über Horst geärgert. Wie oft hatte er schon die Eintracht unter den Pfadgesellen gestört. Richtig ekelhaft war er manchmal gewesen. Aber was er sich jetzt geleistet hatte, das... Doch die Jungen kamen nun nicht mehr dazu, sich weiter mit Horst und seinem Verschwinden zu beschäftigen. Das Unwetter draußen hatte noch nicht nachgelassen. Nein, es musste sich noch gesteigert haben. Der Regen trommelte immer lauter auf das Zelt. Richtig unheimlich hörte sich das an. Der Sturm rauschte in den Bäumen, der See brüllte, Donnerschläge schmetterten. Und mit Eimer geschah nun das, was Pummel schon lange gefürchtet hatte. Der Sturm griff nach dem Zelt, riss es hoch und schlug es über den Jungen zusammen. Das Licht erlosch. Pummel schrie auf. Ein anderer fluchte. Es gab ein unbeschreibliches Durcheinander. Denn jeder versuchte ja nun, sich möglichst schnell aus der Umarmung der nassen Zeltbahnen zu befreien. Und das war gar nicht so einfach. Da waren ja die anderen Jungen, die auch hinaus wollten. Da waren die Lebensmittel und die Kochtöpfe und die Wolldecken und Kleider und Schuhe und noch andere Hindernisse. Und die Heringe, die den Zeltrand am Boden gehalten hatten, sie steckten zum Teil auch noch fest in der Erde. Die Jungen krabbelten und wühlten durcheinander wie junge Hunde in einem verdeckten Korb. Und nun hörten sie mit einmal von draußen eine Stimme. War das nicht Marti-Stimme, die immer so etwas fremdartig klang? Und die schrie, schnell, schnell heraus, wir müssen weg von hier. Na, und da wurde das Gewühl natürlich noch ärger. Hilfe, ich ersticke, jammerte Pummel. Au, meine Nase, nimm doch den Fuß aus meinem Gesicht, schrie ein anderer. Ruhe, mahnte Lutz, seid doch nicht so unvernünftig. Aber inzwischen hatte Ulrich ein paar weitere Heringe aus der Erde gerissen. Und nun konnten sie das Zelt anheben. Und da waren sie dann schnell im Freien. Der Regen fiel über sie her wie ein Wasserguss. Die Jungen drückten die Köpfe in die Schultern und schüttelten sich. Uh, winselte Pummel und versuchte, sich ein Handtuch über den Kopf zu binden. Aber dann vergaßen die Jungen sehr schnell den scheußlichen Regen, denn sie machten eine schreckliche Entdeckung. Hatte da vorhin nicht einer gerufen, man solle sich beeilen? Man müsse fort von hier? Ja, Marty war das gewesen. Er war als erster ins Freie gekommen. Er hatte gerade dort gesessen, wo der Wind schon vorher einen Hering aus dem Boden gezerrt hatte. Und da hatte er, als das Zelt zusammenbrach, sofort ein Loch gefunden, durch das er hinausschlüpfen konnte. Und da hatte er gerufen, weil er etwas Schreckliches gesehen hatte. Und nun sahen es die Jungen auch. Und auch sie erschraken. Der See! Wie hatte sich doch der See verändert? Er brodelte und kochte. Man konnte es gut sehen, denn fern am Horizont war der Himmel nicht mehr so schwarz wie vorhin zu Beginn des Gewitters. Ja, der See schimmerte jetzt ganz hell von unzähligen Schaumkronen. Wie kochendes Seifenwasser, murmelte Axel. Aber das war es nicht, was die Jungen plötzlich so in Schrecken versetzte. Dass der See unter der Gewalt des Sturmes aufgewühlt wurde bis in seine Tiefen, das war ja selbstverständlich. Nein, viel schlimmer war, dass der See sich ausgedehnt hatte. Er war jetzt mit einmal ganz nahe, beängstigend nahe. Am Abend, als die Jungen das Zelt aufbauten, da musste man, um zum See zu gelangen, erst einen kleinen Gehölzstreifen durchqueren. Und ganz unten am Ufer, da war noch ein breiter Bord nackter, glatt gewaschener Steinblöcke gewesen. Jetzt aber schäumte das Wasser um die Föhrenstämme, und die Sträucher, von denen man am Abend noch Himbeeren gelesen hatte, waren verschwunden. Und wenn das Wasser auch nur noch ein wenig stieg, dann musste es sogar den Zeltplatz überfluten, und dann würde die ganze Halbinsel verschwunden sein. Und dann... Fort! schrie Lutz. Nichts wie fort! Wir müssen zum Seeufer! Das ist höher! Aber Marty packte ihn am Arm und drehte ihn um und deutete stumm mit der Hand nach dem Ufer hinüber. Und da erschrak Lutz noch viel mehr, und auch die anderen Jungen, die sich ebenfalls umgedreht hatten, bekamen ganz große Augen vor Entsetzen. Die Landzunge! Nein, da war keine Landzunge mehr. Die Jungen standen auf einer Insel, die ringsumher vom See umrandet wurde. Ja, in der Mitte der Halbinsel, da war eine Senke gewesen, ein sumpfiger Streifen, in dem hohes Rietgras wuchs und Erlengebüsch. Und über diese niedrige Stelle quirlte und brodelte nun der See hinweg. Die Jungen waren abgeschnitten von dem rettenden höheren Ufer. Was nun? Ratlos schauten sie alle auf Marty. Obwohl er, der erfahrene Waldgänger, noch einen Ausweg wusste? Wir müssen es trotzdem versuchen, sagte Marty. Das Wasser dort in der Senke kann ja nicht allzu tief sein, nur die Strömung. Hoffentlich ist sie nicht so stark, dass sie uns umreißt. Pummel stöhnte. Und unsere Sachen, fragte Lutz. Die Lebensmittel? Ohne die Vorräte sind wir ja hier in der Wildnis doch verloren. Mitnehmen, antwortete Marty. So viel wie nur möglich mitnehmen. Packt sie in die Decken und nehmt sie auf den Buckel. Jeder so viel, wie er nur tragen kann. Los, rief Lutz und der Sturm riss ihm das Wort fast vom Munde weg. Tut, was Marty gesagt hat. Die Jungen liefen zum Zelt zurück. Sie rissen die Zeltplanen zur Seite. Und dann packten sie die in Gummibäuteln steckenden Brote, die anderen Vorräte, Töpfe, Schuhe und Kleidungsstücke hastig in die Decken. Sie würgten sie zu handlichen Bündeln zusammen und warfen sie sich auf die Schultern. Dabei flammten unaufhörlich Blitze über sie hinweg. Die Donner rollten, der Regen rauschte und der Sturm zerrte und zauste an den Jungen herum. Fertig? Fragte Marty. Ja! antworteten die Jungen unter ihren Lasten. Nur Pummel jammerte. Ich kriege das Bündel nicht hoch. Nein, ich kriege es nicht hoch. Es ist so schwer. Lutz half ihm. Wir gehen in einer Reihe. Einer dicht hinter dem anderen. Befall Marty. Und wenn wir an das Wasser kommen, dann haltet euch mit den freien Händen aneinander fest. Wenn einer im Seegang stürzen sollte, dann ruft der Hintermann sofort. Halt! Pummel geht gleich hinter mir. Dann Ulrich und Axel. Lutz, du machst am besten den Schlussmann. Gut, sagte Lutz, während sich die Jungen sogleich zu der befohlenen Reihe ordneten. Wenn das bloß gut geht, wenn das bloß gut geht, murmelte Pummel. Mämme! Ulrich gab ihm einen Schubs, dass er an den ihm bestimmten Platz taumelte. Es kann losgehen! Rief Lutz. Und dann setzte sich Marty in Bewegung, und die anderen folgten ihm, tief gebeugt unter der Last der schweren Bündel. Mit sicherem Instinkt fand der Finne zwischen Gestrüpp, Steinen und Bäumen den kleinen Pfad, den die Jungen am Abend bei dem Hin- und Hergehen zwischen Zellplatz und Booten getreten hatten. Aber manchmal musste er doch von ihm abweichen, nämlich dann, wenn da die Bäume so dicht beieinander standen, dass sie den sperrigen Lasten auf den Schultern der Jungen keinen Durchlass boten. Dann aber wurde der Weg beschwerlich. Die Füße verklemmten sich zwischen Steinen und verfingen sich in heimtückischen Löchern. Axel stürzte, und dabei fiel natürlich sein Bündel auseinander. Wie mühselig war es, die vielen Gegenstände, die Beutel und Büchsen, die Töpfe und Kleidungsstücken, in der Dunkelheit wieder zusammenzulesen. Und einige Male musste man sogar über gestürzte Bäume hinwegklettern. Pummel stöhnte unaufhörlich, aber auch den anderen war nicht allzu wohl zumute. Und dann kam man an das Wasser. Wie ein reißender Strom wälzte es sich über den tiefer liegenden Teil der Halbinsel hinweg. Und weil gerade ein Blitz über den Himmel flog, sahen die Jungen deutlich, wie es da schäumte und quirlte. Und da bekamen sie Angst, richtige Angst. Pummel blieb unentschlossen stehen. Aber Marty packte seine freie Hand und zog ihn in den Strom. Und da fasste auch Ulrich Pummels Trainingszeug, und Axel klammerte sich an Ulrich, und Lutz fasste Axel. Und mit einmal waren sie alle im Wasser. Es umspülte zuerst nur die Beine, aber es wurde schnell tiefer, und die Wellen schlugen den Jungen um den Bauch. Ja, der Schaum spritzte ihnen in das Gesicht und sogar über die Köpfe hinweg. Es war unheimlich. Und je weiter sie gingen, umso mehr spürten sie die Gewalt der Strömung. Man musste sich kräftig gegen die andrängenden Wellen stemmen. Aber dabei behinderten natürlich die Lasten. Und der Boden war auch so uneben und weich, dass man immerzu in Gefahr geriet, auszugleiten oder zu stolpern. Ich kann nicht mehr, schrie Pummel plötzlich auf. Ich kann nicht mehr, es reißt mich weg. Aber Marty hielt ihn eisernd fest und zog ihn weiter. Mein Bündel, rief Axel. Ich verliere meinen Bündel. Es geht auseinander. Lass es, brüllte Marty durch den Sturm zurück. Auf keinen Fall den Vordermann loslassen. Aber dann war mit einmal Marty selbst im Wasser verschwunden. Pummel sah sich plötzlich allein an der Spitze der Reihe und starrte sprachlos vor sich hin auf die wirbelnde Flut. Doch nur wenige Sekunden vergingen, da war Marty ein Stückchen weiter wieder aufgetaucht. Er schnaufte und spuckte und riss das Bündel, das er nicht losgelassen hatte, wieder auf die Schulter. Ein Graben, schrie er. Vorsicht, hier ist ein Graben. Und er beugte sich vor und streckte Pummel seine Hand entgegen. Pummel ergriff sie. Er war ja nur zu froh, den großen, starken Kameraden wieder bei sich zu haben. Mach einen weiten Satz, spring, brüllte Marty. Pummel von Angst beflügelt sprang wie noch nie in seinem Leben. Und siehe da, er hatte wieder Grund unter seinen Füßen. Und ebenso kam dann einer nach dem anderen mit Hilfe des jeweiligen Vordermanns über diese gefährliche Stelle hinweg. Man hatte nun schon über die Hälfte des Wasserweges zurückgelegt. Bei dem Schein der Blitze konnte man das deutlich sehen. Und da, wo der Graben war, da war wohl auch die tiefste Stelle der überfluteten Halbinsel gewesen. Die Jungen merkten, dass es flacher wurde. Sie atmeten auf. Aber dann gab es noch einmal einen unheilvollen Zwischenfall. Ulrich kam mit seinem Fuß unglücklich auf einen Stein und glitt ab. Er wankte. Sein Hintermann Axel wollte ihn halten und wieder hochreißen. Aber seine Kraft reichte dazu nicht aus. Ulrich verschwand mit seiner Last in den Wellen. Und Axel, der nicht losließ, sank in die Knie. Und dann zog ihn sein schweres Bündel ebenfalls auf den Grund des Sees. Natürlich rappelten sich die Jungen sofort wieder auf. Schnaufend wie Seehunde tauchten sie aus den Wellen. Aber sie hatten alle beide in ihrer Angst die Bündel verloren. Und gewiss hatten sich nun die Wellen der Decken und all der anderen Kostbarkeiten, die in ihnen eingepackt waren, bemächtigt. Marty und Lutz sprangen schleunigst herbei. Sie griffen mit ihren freien Händen suchend in das Wasser hinein. Und auch Ulrich und Axel tauchten noch einmal hinunter auf den Grund, um das Verlorene, das ja hier in der Wildnis so unendlich wertvoll war, zu bergen. Und tatsächlich, sie fanden einiges wieder. Die beiden Decken, ein paar Beutel und Büchsen und Kleider. Aber das war längst nicht alles. Ulrich war ganz untröstlich über sein Ungeschick. Er wollte noch einmal auf den Grund, obwohl er doch nun beide Hände voll hatte. Aber da schrie Marty, Schluss, wir müssen zusehen, dass wir endlich an das Ufer kommen, sonst verlieren wir womöglich noch mehr. Er wandte sich um und tappte weiter durch das Wasser und die Jungen folgten ihm. Und da wurde es mit einmal wirklich ganz flach. Die Jungen waren wieder zwischen hohen Bäumen und plötzlich standen sie auf festem Land. Sie mussten jetzt ganz in der Nähe jener Bucht sein, in der die Boote lagen. Ob die wohl noch da waren? Hatte sie Ulrich auch weit genug auf das Land gezogen? Ach, in dem Trubbel der letzten halben Stunde hatten sie überhaupt nicht mehr an die Boote gedacht. Aber jetzt waren plötzlich alle Gedanken bei ihnen. Wie schrecklich, wenn sie womöglich auch verloren waren. Konnte das nicht den Tod bedeuten? Für sie alle? Langsam tastete sich die Schlange der Junge weiter durch den Wald. Die Bäume standen hier wieder sehr dicht und darum war es auch sehr finster. Und oben in den Kronen rauschte und heulte der Wind. Aber dann wurde es mit einmal vor ihnen etwas heller. Und plötzlich hörten die jungen Marty Stimme. Sie jubelte. Die Boote! Sie sind da! Gott sei Dank! sagte Lutz. Und auch alle anderen fühlten sich erleichtert. Und dann, nach wenigen Schritten, sahen sie selbst die Boote. Ihre grauen Wände schimmerten aus dem Dunkel des Grases tröstlich zu ihnen herüber. Dicht bei den Booten etwas den Abhang hinauf stand eine mächtige alte Föhre. Sie hatte besonders dichtes Nadelgezweig und ihre niedrigen Äste streckten sich wie ein Dach über den Waldboden hin. Dort konnte man vielleicht ein wenig Schutz finden vor dem schrecklichen Regen. Marty kroch unter das Gezweig und legte dort seine Last ab. Hier wollen wir bleiben und abwarten, sagte er. Die Jungen nickten und einer nach dem anderen kroch gleichfalls unter das Dach des Baumes. Sie entledigten sich der Bündel und all der Sachen, die sie zuletzt noch lose in den Händen getragen hatten, und warfen sich hin. Sie spürten es nicht, dass auch hier unter dem Nadeldach des Baumes die Erde vom Regen durchtränkt war. Sie waren ja selber durch und durch nass. Sie spürten jetzt nur, dass sie nach all den ausgestandenen Anstrengungen und Ängsten sehr, sehr müde waren. Das Gewitter verlor allmählich an Kraft und schien langsam abzuziehen. Noch immer flammten Blitze über die Waldwildnis hin. Aber sie kamen nun doch seltener, und die Jungen mussten auf das Grollen des Donners schon warten. Auch der Sturm ließ plötzlich nach. Noch rauschte der Wald, aber seine Bäume äxten und stöhnten doch längst nicht mehr so wie vorhin. Nur der Regen stand immer noch wie eine Wand vor den Augen der Jungen, und er rieselte unaufhörlich durch das Gezweig des großen Baumes auf sie herab. Sie froren in ihren nassen Sachen, und darum rückten sie ganz dicht zusammen, wie eine Schafvögel im Nest, so hockten sie da unter der Föhre. Und nun, da die eigene Gefahr erst einmal überstanden schien, nun wurde mit einmal auch das wichtigste Ereignis dieser schrecklichen Nacht wieder an ihnen lebendig. »Horst«, sagte Ulrich, »wo mag er jetzt wohl sein?« Die Jungen starrten wortlos auf den See hinaus. Weil es am Horizont allmählich immer heller wurde, konnte man jetzt schon ein großes Stück von ihm überblicken. Ach, wie sah doch der See aus! Wie unheimlich! Der Sturm hatte ihn aufgewühlt bis in die Tiefe, man sah nur Gischt und Schaum. Es war undenkbar, dass sich ein leichtes Falzboot auf diesem Gebrodel auch nur einige Minuten halten konnte. Eine einzige dieser großen Wellen da draußen genügte gewiss, um es in die Tiefe zu schlagen. Und »Horst«, war er nicht auf diesen See hinausgefahren? Ach, wo mochte er jetzt sein? Die Jungen mussten plötzlich an das grausig-grüne Geschling denken, das sie manchmal gesehen hatten, wenn sie sich über den Rand des Bootes gebeugt und in das Wasser geschaut hatten. War »Horst«? Ach nein, nein! »Horst war gewiss kein guter Kamerad gewesen. Aber solche Strafe? Nein! Nein! Hoffentlich ist er noch rechtzeitig vor dem Gewitter an Land gegangen«, sagte Axel. »Hoffentlich«, murmelte Lutz. »Aber es war ja so finster. Man konnte ja die Hand vor Augen nicht sehen. Wie leicht, wenn er sich nur nahe genug am Ufer gehalten hat.« Die Jungen schwiegen, sie waren sehr bedrückt und mit einmal sagte Marty, »Wenn er noch auf dem See war, dann Gnade ihm Gott.« »Ja, Gnade ihm Gott!« Es war nichts zu hören, aber in allen Herzen hallten die Worte Martis wieder. Der helle Streifen am Horizont wurde zusehends breiter. Der erregte See schimmerte immer heller. Die Uferwälder tauchten auf. Man konnte nun schon die einzelnen Bäume erkennen und Föhren und Birken voneinander unterscheiden. Sie bewegten sich kaum noch, denn der Wind war mit einem Schlage erstorben. Die Jungen saßen still unter den tropfenden Zweigen. In dem matten Zwielicht waren ihre Gesichter erschreckend bleich. Die Jungen saßen still unter den Die Jungen saßen still unter den Die Jungen saßen still unter den Die Jungen saßen still unter den